Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilands Worte Gebet Milliarden und Millionen Mal mein Jesus Barmherzigkeit Barmherzigkeit mein Jesus für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt Milliarden und Millionen Mal mein Jesus Opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen Dem himmlischen Vater auf für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt Und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens Und mit ihrem Bluttränen Dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten. Verkünde es. Heilands Worte Ich brauche Sühneselen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft Und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Heiliger Josef, Nervate Jesu Christi Und wahre Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria Bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig. Wir lieben euch. Rettet alle Seelen. Besonders die Priestersseelen und die Gottgeweihten. Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt, mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag, tausendmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, Du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Heiliger Josef, Du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb uns allen deinen Segen gib. Amen.